Mario-san, Bobo-kun, eilen wir uns, auf zum Schluss. Das ist ja wundervoll. Gefällt mir. Ja, ich bin ja so, 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 ich bin ja so. dass ich euch immer so moppen muss, wenn wir anfangen, aber ich habe gehört, Abwechslung ist gesund, wobei hier momentan von der Temperatur kein, ich klebe am Tisch, um ehrlich zu sein. Habe ich hier eigentlich schon das Ticket gekauft? Ich glaube schon. Im letzten Part haben wir eine Flussfahrt hinter uns und die war nicht so schön. Ich habe Löcher verpasst, aber das ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt hier rein Entschuldigung, was anscheinend optional ist Aus irgendeinem Grund Macht den Weg für Promis frei Wir haben die Promi-Karte gekauft, dass wir immer hier reingehen dürfen Für immer und ewig Ich hoffe, das war gut Aber hier sieht es schön aus Muss ich ganz ehrlich sagen Wow, seht euch mal das Schloss an Ach, das ist so superklasse Ein Tag voller Spiele und spaßiger Attraktionen liegt vor uns Ich bin so aufregt, dass ich mich doch verknicke Mit deinen lustigen Witzen, ey Das ist so heftig Ich komme nicht drauf, klar Dahinten ist ein Toad eingeklemmt, sehe ich Der Ich laufe mal rum und verkaufe was Toad Hä? Das ist das Shogun-Land Aber wo stecken denn die ganzen Leute? Ist das vielleicht geschlossen oder so? Das wird zweifelig Wenn dem so wäre, hätten sie uns wohl nicht hineingelassen, Tantchen Das nennt sie einfach Tantchen, das ist so super Aber es ist wirklich ziemlich ruhig Vielleicht sind gerade alle bei einer Show Ähm Oh mein Gott Das ist das Ich kann nicht lesen, Souvenirladen Offiziell schon genannt, fand ich ein Fanartikel Das ist das, wo Gags Ich hab ihm nämlich beim Spielen zugehört Und dann sagt er Oder was, korumpelt? Ich weiß nicht mehr Und dann sagt er Ich kann überall rein, oh mein Gott Und ich sag, ey, was mein Zuhause Ich sag nix, ich sag nix Informationsschalter Hallo 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 Warum kann ich jetzt eine Kissen Schreck mal nicht nach Hier siehst du Oh, sorry Warum ist da eigentlich ein Cheep Cheep? Was passiert hier? Ich finde das auch so richtig schön Wenn ich es davon sagen darf, ne? Ist hier was? Ey, du kannst doch nicht sagen, dass hier nix ist Hier muss was sein Halt nicht Wir sind einfach jetzt in der Anime-Welt Hallöchen Präsentiere dein Billett Ist das ein Billett? Ah Hier kommen die Promis Ah ja Flusstourboot Mit dem Toad sogar drauf Ja, das ist ja Äh, das ist ja Ich spreche mir das einfach Billett aus Und ich sag mal irgendwie Belan oder sowas Also Franzosisch Ne? Ich hab aber keine Ahnung Von daher Ist es denke ich mal okay Hoffe ich Gut Ähm Was ist das denn hier? Der souveränladen? Souverän Er ist souverän, der Laden Souvenirladen, hallo? Gibt es hier schöne Souvenirs? Hier gibt es gar nichts zum Kaufen, man Ich lese Schokolade-Fanartikel Bald verfügbar Ja, bald Wie wäre es denn bei mir jetzt? Kann ich hier rein? Oh Nein Lass mich so einsetzen Das mal wieder Nö Den Haken Dümdünn Mir fehlt das Dütdü Das hätte besser gepasst, aber Okay, ja, ja Ich mag die Sticker-Star-Sounds halt, okay? Abgesehen davon, dass Sticker-Star ein gutes Spiel ist Äh Merkt auf, brave Besucher des Shogonans Achso, das spricht gar nicht Bobby Eilt euch Hier entlang Was hat der Kummer denn für lustige Frisur? Ist wahrscheinlich, äh, alles Japanese angehaucht, ne? Ein bisschen Soll ich jetzt hin und hergehen? Also ich will es eigentlich nicht so, ne? Wir lassen diesen anderen Besucher nicht einfach stehen, oder, Mario? Alles ein bisschen Nihon, ne? Es empfiehlt sich nicht, an diesem ungeschützten Ort zu verbleiben Folget mir, denn die Zeit drängt Wohlan, der Weg führt hier entlang Das hat sich gereimt, das war sehr schön Aber warum spricht der so hoch? Was hast du? Nur weil die Ja gut, wahrscheinlich um die Höflichkeit der Palnschen Sprache auszudrücken Oh, brave Besucher des Shogonlands Ergebens bitten wir um eure Hilfe Eine grässliche Bande von Origami-Schogen fiel in dieses Land hin Äh, in Ein Wir sind undröstlich Die meisten treuen Wärter dieses Landes wurden überwältigt Und schmachten nun im Schloss des Shogonlands Enttäuschung Hast du mir gesagt? Ja, das ist total netzend, Mann Wir haben uns alle coole Kostüme für den großen Tag hier genannt Und Ups, was ich meinte, war er Für wahr Unser Eintrittsgeld darf nicht umsonst gewesen sein Untertänen Was? Untertänigst bitten wir um deinen Beistand, okay? Aber ihr seid nicht mal meine Untertanien, lustige Oder wie sieht ihr die Ohren ausspitzt, so? Fallschergen hier Wir können diese Schuftes wagen, den Frieden und die historische Authentizität des Shogonlands zu zerstören Schon da gar nicht Was? Ne, Mario, wer hätte gedacht, dass wir uns hier treffen Ah Ich wollte nur kurz den Fluss hinunterpaddeln Und mich etwas umsehen Und dann das Ah, also hätten wir gar nicht weitergekonnt Diese blaue Luftschlange, so geht den Weg Unmöglich darum herum zu paddeln Aha Seht mal, die gelbe Luftschlange wartet direkt hinter diesem Tor Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als uns zuerst um die blaue zu kümmern Das ist ja wahrscheinlich passiert, hätte man abspringen müssen, ne? Dann ist es entschieden Wir kommen nicht weiter, bevor wir uns nicht um die Luftschlange gekümmert haben Das Schicksal führte uns hierher Mario-San Bobo-Kun Eilen wir uns Auf zum Schluss Das ist ja wundervoll Gefällt mir Hey, du bist ja echt in Stimmung für den ganzen Kulturkram, Tantchen Naja, dann, du hast wohl recht Ohne das Personal gibt es hier nicht viel zu erleben Also, auf zum Schluss Bobo-Kun Was ist das denn? Ein Schweif? Ich dachte, was ist das? Eine Kackencreme oder sowas Bobo-Kun Mario-San Okay, cool Die Wärter überwältigt der Park für den Feind anheim An welch grausames Schicksal Es ist lustig, dass sie so hoch sprechen Erhöre unser Flehen Errette die Wärter dieses Landes aus dem Schloss Bitte heute noch, weil es möglich ist Wir haben nur das normale Belay Und wollen vor Sonnenuntergang noch irgendwas sehen Hallo, lass mich auch vorbei Ich finde die immer noch ziemlich lustig Hä, das gefällt mir Oh, das sind Falsscherden Sniffits Oh, die haben wir noch nicht gesehen, du War ich jetzt eigentlich in jedem Haus bis jetzt drin? Ja, da waren ja nur zwei Hallo, hallo Leute Wenn ich hier Wusch, wusch, wusch Dann geben wir mal ins nächste Häuslein Dann ist er bei der Toad, ne? Den hab ich nicht vergessen Ja, mit seinen Ohren, glaub ich, ne? Oh, ich sehe einen Eine, ähm Wie nennen sich die Dinger nochmal? So ein Tischtennis-Ding Aber das ist wahrscheinlich ein Toad, ne? Hallo Toad Wadda, wadda, wadda Mario Toad, ich bin ein ganz großer Fan von dir Aha Ah Äh Können wir uns nicht hinsetzen? Okay, dann halt Kann ich hier Nee Jetzt? Wie soll ich immer einen Wunderpilz im Inventar haben? Damit kannst du weitermachen, wenn du im Kampf mal alle KP verlierst Wunderpilze dann muss Wenn man gegen einen starken Gegner antritt Das, äh, ist wahr Das ist wahr Aber Nicht für mich Wobei es wird ja anscheinend ja wirklich schwierig, ne? Habe ich so das Gefühl Äh, komm, wir kämpfen mal gegen Sniffit Oh, es ist sogar eine Es ist sogar ein Es ist kein Okay Ich dachte, es wäre so ein, ne? Schadenschlacht Jetzt bin ich drauf gekommen Oh, die Musik LOL Wie heftig Dum, 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 dum Aber wir dürfen uns nicht ablenken Äh Wusch Wusch Und Siehste, ich habe es geschafft Hätte sie nicht gedacht, ne? Hätte sie jetzt nicht mit gerechnet Ähm Okay Ich hoffe, wir buxieren die Sniffits auch direkt Die sehen aber echt lustig aus Guck sie dir an Mit irgendeinem Schnörschlichen da vorn dran Hey, die Hose gewinnt ja Da, 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 da Also das Leitmotiv ist ja immer drin, ne? Das man halt kennt Aber halt Die Instrumente sind halt immer anders Das ist halt schon Schon schön Da, 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 da Aber die muss doch in meinen Kopf Irgendwie die Musik Oh, oh Lebt noch Oh Ja, Bobby, du bist super Ich mein Bob, ähm Was? Wie heißt der nochmal? Bobo-chan Ah Oh Zehn Schaden Beruhig dich Und der Holt andere Gegner her Lass mal bitte Warum macht er das? Warum ist er so gemein zu mir? Äh Dann so Ne Ich bin Das ist jetzt schon wieder zu viel für mich Das ist zu viel für mich wieder Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Okay, warte Äh Okay, das hab ich verkackt Ah Hä? Oder auch nicht Ich hab's hinbekommen Dann erstmal mit den Sniffits weg Aber der ist auch neu Er ist dazu gekommen Das heißt Ein Eisensprung wäre vielleicht mal schön, ne? Damit er auch instinkiert Da 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 Die Musik ist aber auch schon catchy, muss man sagen, ne? Also Da haben die Entwickler nichts verkackt Gut Ich hoffe der andere ist jetzt auch direkt Ja, sehr schön Sniffits sind aber Ich habe schon Äh Da sind auch wieder welche Ist das eine Karte? Loh Wie so ein Park einfach Nummer 1 Information Wo waren wir, glaube ich? Nummer 2 Wurscht denn Dojo Dann gehen wir auch gleich erstmal nach links Da kommen wieder welche Und ich hoffe, die krabben uns jetzt nicht an Nummer 3 3 Kostümfotostudio 4 ist der Wachtturm 5 Haus der Mysterien Das hört sich total cool an 6 Shoguntheater Wo ist das? Bin ich blind? Ah, das ist ganz geradeaus 7 Ninja Parcours Haus der Heimtücke 8 Streichelzoo 9 Edle Teer und Softdrink Lounge Teerhaus zu ruhigen Röhren Und 10 ist Souvenirland Da waren wir ja schon Dann gehen wir erstmal nach links Da darf ich die Gegner erstmal Gegner sein Ja, hier ist der Toad Hallo Toad Hi Zubehör edles Exvisite Und extra günstiges Zubehör Ihr braucht es? Ich hab es Ich verkaufe meine Ware vor dem Souvenirladen Die Leute da mögen es gar nicht Wenn ich das tue Hehe Ja, weil du Die Kundschaft den raubst Das ist ja Total uncool, Mann Was ist das jetzt hier nochmal? Bin leider vergesslich Oder war das nix? Oh, das war gar nix Nehmen wir mal rein Wir schauen aber mal nach Nicht? Also wieder so ein Raum Und da oben ist der nächste Toad Hey, find ich ja cool Dass in jedem Zimmer So ein, äh, ein Toad versteckt ist, ne? Eine Blume Hallöchen Mein lieber Freund Ja, aber gehört das Dass das Wübschen Da hinten ein paar tolle Preise hat Ich wünschte nur Dass es von jemand andres Betrieben würde Wer macht das denn? Ja, aber Achso Ja, dann sag Zwei mal das gleiche, Mann Kannst dir ja keine neue Textbox ausdenken Oder wie? Warum sitzt der denn eigentlich? Ja gut, okay Die sitzen alle da Ich glaub Das soll ich nicht nachfragen Hier, so Ach, da ist Da ist Versperrt, ne? Sehe ich gerade Da war Ist das nicht du? Oh, du Dingo Was hast du da? Bist du irgendwie blöd? Was macht der da? Das sieht nicht schön aus Oh Das war anscheinend Shy Guy, ne? Ich frag mich ja auch mal Gegen die Gegner, ne? Gegen die verschiedenen Gegner Huh Auch antreten muss, ne? Sprich auch nochmal Hier in Shy Guy Oder in Gumba Besiegen im Shogunland Und ob das schon zählt Wenn die im Kampf dabei sind Ich spiele ein Reise nach Jerusalem Mit diesem Tabutons Das sind Kissen Achso Dann heißt es Sabuton Ne, nicht Sabuton Sabuton Warum spreche ich das aus? Sabuton 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 Das sind Kissen Mit denen man auf Tatami-Matten sitzt Ja Sabuton heißt es nicht Sabuton Jemand hat mein Lieblings Sabuton Ich stehe jetzt schon wieder Ja Ja, tu mal leid Ich habe gerade noch ein Sabuton erwischt Ich habe schon wieder Oh Gesagt Lass das Glock Lass das Das heißt Sabuton 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 Bisschen viel Erfahrung Also hier können wir nicht rein Oder da ist ein Haus Trotzdem Glitzer Glitzer Warum? Gehen wir mal in dieses Häuslein rein Und schauen mal was uns hier erwartet Ein versteckter Pollyboy Vielleicht unter einem Kissen Eine Katze Wo ist die Mikrowelle? Wenn man sie mal braucht Ich glaube hier ist sonst nichts mehr Ich habe auch immer noch Angst wegen den versteckten Blöcken Hallo Toad Das ist ein Miaus gezeichnetes Plötzlich für ein Nickerchen Ein Miaus gezeichnetes Jetzt wünsche ich mir Ich wäre wieder eine Katze Die haben ein gutes Leben Beziehungsweise sieben Wenn ich hier doch nur schnurren Den ganzen Tag lösen könnte Ja Lassen wir den Katzentorten mal in Ruhe Und begeben uns Dann doch zu diesem Ninja Gedön Soll ich jetzt sagen Aber Ne Ninja ist glaube ich Auch gar nicht Japanisch? Glaube ich? Ich weiß es nicht Hallo Wobei von der Aussprache her Ninja Doch Elexion extra günstig Du brauchst Zubehör Wir haben Zubehör Kann ich aber nicht beurteilen Blütenbeutel? Verwandelt deine Schnipsel in zarte Kirschblütenblätter Oh mein Gott Ja 5000 Münzen weg Aber ja Ich bedanke mich recht herzlich Und das war es 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 Dass man es nicht immer Ne Hier Wusch Das ist natürlich ziemlich Darf ich mal ausprobieren? Oh Das ist ja wunderschön Scheiße Gut dann würde ich mal vorschlagen Ich kämpfe gegen diese Gegner Oh Das ist natürlich jetzt nicht so vorteilhaft Für die Gegner Aber Hier sind ja bestimmt Nochmal welche? Ein Kettenhund Warte ich geh mal da hoch Zu den Sniffits Weil ich glaube hier unten Das war ja Gebiet für später erst Ne Wo ist er? Ne die Zu den Sniffits Komm ich gar nicht Ne Da vorne ist auch ein Ninji Ne Lol Wo ist denn Warte hier ist ein Toad Ne Aha Hallo Toad Ich beobachte die Gegend hier Schon seit Stunden Man geht nichts Auch wenn ich etwas Kurzsichtig bin Du bist also kurzsichtig Immer Toad Ich weiß nicht wie ich das finden soll Aber na gut Dann ist natürlich jetzt die Frage Muss ich das jetzt Ohne Reihenfolge durchgehen Weil eigentlich würde ich eher In der Reihenfolge das alles durchgehen Aber ich glaube Gut da vorne kann man wieder nicht hingehen Ich glaube man wird Man wird geführt Wohin man halt hingehen kann Also darf oder so Aber man kann halt die Häuser betreten Gut Hallo Aber irgendwo Ich glaube links war das Fotostudio Und hier Oh Hallo Da oben ist wieder ein Toad Das sehe ich bis hierhin Hallo Aber ich komme nicht ran Ah Natürlich Jetzt hätte ich jetzt versucht Am Tisch aus da ran zu springen Na lieber Toad Auf der anderen Seite der Tür Höre ich sein komisches Flüstern Das ist total gruselig Vielleicht Ist das Auch ein Toad Ich meine ja nur Ist das eine komische Theorie Hier ist nichts ne 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 Das sind aber komische Fässer Ach ne Das ist der Hinterausgang Ne Oder Oh Hallo Knochen trocken Ach ne Bei dem kann man reden Ach sind ja Papier Ich vergesse das immer Klicke klack Klicke klack Ich wünsche dir hätten was besseres Als diese Knochen zum Ball spielen Den Haken Klicke klack Was ist das denn Okay Also Ich dachte jetzt schon Das geht Das wäre echt lustig gewesen Aber gut Dann äh Auf geht's Zum anderen Raum Ich will mal schauen können Was da ist Der Toad hat ja Angst Das ist ja nicht schön Wenn er Angst hat Der soll sich ja nicht Ach deswegen Ist da hinten was rum Hä Ich kann gar nicht hier rein Warum Hallo Aber ich kann Von hier aus Da rein Einfach ein Pilz Okay Warum fallen jetzt da Sachen raus Toads Ähm Was macht der Achso Der rennt direkt dahin Der redet gar nicht mit mir Noch ein Toad Und ein Ein Schmetterling Toad Hallo Schmetterling Wie er fliegt So Jetzt frage Dann muss ich mit euch reden Jetzt habe ich noch nicht mal Im Wind flattern können Traurig Raststöpfer können echt hoch springen Würde dir gefallen Mario Ach Luigi kann das auch Jetzt weiß ich wie man sich Als Insekt fühlt Glaubt mir Kein gutes Gefühl Ist hier noch einer Ne Aber es wirkt so Ne Hier habe ich jetzt ne Das ist natürlich komisch Muss die Tür Zu halten Hier ist jetzt der letzte Tod Tod Der letzte Tod Hallo Tod Vielleicht geht dieser Komisch gefaltete Scheiger Ja weg Wenn ich ihn einfach Ignoriere Wir kümmern uns Schon um ihn Keine Sorge So Freunde Ich würde diesmal sagen Machen wir leider Mal ne kurze Folge Ninja Parcours Ist die beliebteste Äh Ninja Parcours Ist die beliebteste Attraktion Im ganzen Park Ich will auch mich Da jedes Mal Das ist so klasse Es tut mir Leid Aber manchmal Da muss man auch Kurz Parts machen So ist das nun mal Ähm Aber dafür können wir ja nächstes Mal Ein bisschen länger machen Würde ich sagen Also meine lieben Freunde Wir sehen wir uns dann Ich glaube hier ist ein Speicher Ja cool Also Bis Bis zum nächsten Mal Bleibt Münzig Und ich hoffe wir Kunden noch ein wenig Im Shogunland noch Attraktionen Weil das ist ja echt cool So die Idee der Welt Heftig Also Bleibt Münzig Und Tschüssi Kowski 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 Tschüssi Kowski